Um Marcelion zu provozieren, Sebastian Kleine totzuschlagen. Die Blondine schreit um Hilfe, Jon hörte ihm und Kleine gab. Vielleicht besteht eher eine Verbindung, die steht bei Stabe nur auf dem Schreibtisch. Wo kommt das Blatt her? Keiner hat den Zustand ihrer Ehe etwas beschönigt. Die Nachbarn erzählen, dass es immer wieder lautstarke Auseinandersetzungen gab. Einmal wurde sie im Krankenhaus behandelt und hatte die lahmste Ausrede der Welt. Treppe runtergefahren. Warum ist sie bei dem Kerl geblieben? Man kann sich doch scheinen lassen. Ehevertrag. Der wäre nicht mehr als in Taschengeld rausgesprungen. Und jetzt kriegt sie alles. Frau Kleine, schön, dass Sie kommen konnten. Ich will hoffen...